Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. Waren wir schon im Pokémon Center jetzt? Waren wir schon im Pokémon? Es scheint so. Bevor ich hier mit irgendjemandem rede, gehe ich mal hier rein. So, da verbringen wir jetzt mal ein bisschen Zeit. So, ähm, halt, ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich brauche erst den Münzkorb. Ich brauche erst den Münzkorb. Lala, lalalalalala. Bevor wir hier mit irgendjemandem anderes reden, ich möchte erst mal etwas Besonderes tun. Ähm, hier ist es nicht, was ich machen will. Ähm. Dam, dai, dai, di, dam, dam, dai, di, dam. Das war hier, ne? Ne. Hä? Wo war das, wo war das Café? Schädel, düdl, dim, schädel, dai, schum. Schädel, didel, 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 dai, schum, didel, didel, dai. War das hier? Ja. So, wir gucken uns die Stadt auf jeden Fall noch an. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. So, wir halten einen Münzkorb. Und im besten Fall, äh, brauchen wir jetzt 4000 Münzen. Das wird ein bisschen ekelhaft zu farmen sein, sage ich jetzt mal. Ja, weil ich mir eine bestimmte Attacke holen will, die uns auf jeden Fall weiterhelfen wird. Und, ähm, wenn das, ne? Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ja, gut. Wie geht's dir? Brauchst du ein paar Münzen? Ja, danke. Ah, da finden wir noch 10 Münzen. Ah, da finden wir noch 10 Münzen. Ah, immer mal gucken. Da finden wir noch 10 Münzen. Glücksspiele sind unheiblich, werden wir schnell davon abhängig. So. Ah, sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Herrlich, das macht Spaß. Ah. Alles untersuchen. Ah, da finden wir auch noch mal 10 Münzen. Finden wir überall Münzen, ne? Ja. Alles noch mal überprüfen, Leute. Da haben wir sogar 20 Münzen. Okay. Möchtest du auch spielen? Foxy hält 10 Münzen. Nice. Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Das kann sein. So, okay. Jetzt sollten wir erstmal ein paar Münzen haben. Ja, da möchte ich auch direkt spielen. Ähm. Nein. Nicht Spiel beenden. Ach, nach unten drücken. Okay. Erstmal ein bisschen spielen. Ah, nice. Da haben wir sogar wieder was gewonnen. Aber 4000 Münzen zusammen zu kriegen, könnte ein bisschen dauern, liebe Freunde. Äh, oh. Das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. So, oh. Schade. Was können wir denn? 300 Münzen gewinnen wir dadurch gerade mal. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir 4000 zusammen haben. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Weil dann kann ich mir die TM Feuer, äh, Flammenwurf holen. Und das wäre ganz nice eigentlich, wenn wir die hätten. Weil, ähm, Glutexo erlernt Flammenwurf erst ab Level 37. Und das ist schon wieder viel zu hoch. So, okay. Oh, komm schon. Wie fies, Mann. Na? Ich habe ein gutes Gefühl an diesem Automaten. Ah, komm schon. Ich gucke mal nicht hin. Hat nichts genützt. Ich gucke mal wieder nicht hin. Okay, wenn ich hingucke. Ist eindeutig besser. Oder auch nicht. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Okay. Immerhin. Ah. Ja, komm. Wir enden. Gehen wir an den nächsten Auto, außer Betrieb. Nein, nein. Gehen wir an den nächsten Automaten. Vielleicht bringt der mehr Glück. Vielleicht bringt der ja mehr Glück. So. Nicht wirklich. Oh, komm schon. Immerhin mal wieder 8 gewonnen. Ah. Ah. Wie ekelhaft, Mann. Das gibt es nicht. Zweimal hintereinander die 2-7en. Ja, jetzt aber langsam. Ja. Und immer nur 4 Münzen gewinnst, ist es auch immer nur plus 1. Ganz. So. Also hier werde ich auf jeden Fall später ein bisschen Offscreen zocken. So. Vielleicht finden wir aber auch noch ein paar Münzen. Was ist denn hier? Ein Pokémon-Drucker. Damit kannst du ein Bild, der der Pokémon auf die Rückseite eines Trainerpasses drucken. Für nur 50 Poké-Dollar. Nein, danke. Wobei, doch. Das machen wir mal. So. Ja. Wähl die Art des Aufdrucks auf. Normal. Ein Lächeln für das Foto. 3, 2, 1. Blitz. Dein Pokémon-Aufdruck ist fertig. Sieh auf deinen Trainerpass. Okay. Okay. Überprüfe Geldstand und Spieldaten. Ja, ja. Okay. Alles klar. Dann gehen wir erstmal raus. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt hier spielen, spielen, spielen. Aber was noch wichtiger ist, ist wir holen uns jetzt ein Pokémon ab. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. Ganz wichtig ist das, dass wir uns dieses Pokémon jetzt abholen. La-la-la-la. Sehr schön. So. Alles klar. Ach, schön, schön, schön. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Game Boy Advance. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Das ist eine Möglichkeit. Foxy erhält Evoli. Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Ja. Und jetzt muss ich kurz überlegen und deswegen gibt es hier einen kurzen Cut. Okay, Leute. Wir haben einen Namen. Und zwar wird dieses Pokémon einfach mal Bösi genannt. Ja, das Evoli ist jetzt Bösi. Das Evoli ist Bösi. Das Evoli ist Bösi. So. Ähm. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz was nachgucken. Einen Moment. Ja gut. Evoli kann nicht wirklich gute Attacken erlernen. Äh, weswegen wir es wahrscheinlich direkt weiterentwickeln werden. So, jetzt ist die Frage. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Ich kann aber gleich ein Wasser-Pokémon bekommen. Also gleich heißt im Sinne von, äh, gleich im Sinne von, äh, nach der Arena. Ähm. Feuer-Pokémon haben wir schon. Und Pikachu haben wir abgelegt. Was machen wir also? Willkommen im Eif-Kaus-Zentrum von Presmania City. So. Dann schauen wir mal. Äh. Zubehör für Träne. Videospiele-Shop. Geschenkartikel. 4S Drogerie. Also gut. Dann muss ich wohl in die Drogerie. So. Dadle-Didle-Dai. Bye. 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 Dann gehen wir mal in den vierten Stock. Ah, nicey, dicey. So. Auch in den vierten Shop. Und hier müsste es dann die T-M's, äh, die... Ja. So was gibt es hier auch. Das will ich aber nicht haben. Kaufen. Nicht? War das doch unten? Ja gut. Komm. Wir gucken uns dieses Einkaufscenter jetzt mal von unten bis oben hochkomplett an. So. Also im ersten Stock, äh, also im Erdgeschoss waren wir schon. Gehen wir mal in den ersten Stock. So. Was hast du denn zu sagen? Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Ne. Darf ich nicht. Also darf ich schon, aber... Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja. Kaufen. Team 5, Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Anziehung. Okay. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, vielleicht. Super Ball, super Trank. Belege dagegen gehen. Aha, bla bla bla. Okay. Ne. Damit... Du kannst mir nicht weiterhelfen. Leider Gottes. Ich brauche was ganz Bestimmtes. Lieber Freund. Und was für ein Level hat Evoli eigentlich? 25. Nicht schlecht. Ähm. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Original-Trainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Hm. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit? Vielleicht hilft dir das hier. Ich denke an die Attacke Konter. Nicht, dass ich mich darauf verlassen würde. Ja. Diese Attacke kann... Nein. So. Okay. Komm, Georock. Ich bin Georock-Sangler. Na nun, Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Okay. Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Georock. Ja, ja. Anhand ihrer ID kannst du Pokémon, die du bei einem Tausch erhalten hast, identifizieren. Heißt zu wissen. Gehen wir mal weiter. Oh, Moment. Hier ist was. Was ist das? Die rote und die grüne Pokémon-Edition. Cool. Die feuerrote und blattgrüne Edition. Oh. Was hast du? Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Sie freut sich bestimmt über eine Poké-Puppe. Hm. Möglich. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst für wilden Pokémon fliehen, indem du in deine Poké-Puppe ablinkst. Alles klar. Hallo. Kann ich dir behilftig sein? Ja, bestimmt. Ja. Ich hätte gern einen Donnerstein, bitte. Ja. Warte. Wir nehmen gleich... Wir machen das anders. Wir nehmen gleich zwei Donnersteine. So. Und dann hätte ich gerne einen Blattstein, bitte. So. Und was ist der Retro-Brief? Brief mit dem Aufdruck dreier niedlicher possierlicher Pokémon-Gesichte. Ich will aber keinen Brief schreiben. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nö. So. Und alles klar. Verabschiedet euch schon mal von zwei Pokémon, die wir jetzt weiterentwickeln werden. Ähm. Welche das sein werden, kann man sich eigentlich schon denken. Äh. Wir nehmen jetzt erstmal den Blattstein. Und entwickeln das zu einem Satz-Zenia weiter. So. So. Nice. Endlich mal was Gescheites. So. Endlich mal was auf Stufe 3 der Entwicklung. So. Auch wenn ich Satz-Zenia echt hässlich finde. So. Aber... Da passt es auch zum Namen. Boah. Hat er nicht gesagt. Nee. Spaß. Uh. Glückwunsch. Denn das wurde zu Satz-Zenia. Hm. Okay. Und dann einen Donnerstein. Und das bekommt Bessie. Ich mag Evoli echt sehr, ne. Also. Schade, dass ich weiterentwickele. Aber. Ich mag auch Blitzer. Blitzer ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Und. Ähm. Sollte Blitzer sterben. Sollte Bessie sterben. Hab ich Pikachu noch im Gepäck. Wisst ihr? Das ist halt nice. Und ich finde schon ein schönes Bild für das Overlay. Yeah, yeah. Denn Bessie wurde zu Blitzer. So. Okay. Damit hätten wir wieder ein neues Pokémon auf unserer Liste. Und zwar Bessie. Ähm. Blocky müssen wir gleich noch ein bisschen leveln. Und im vierten Stock waren wir schon. Dann gehen wir mal noch aufs Dach hoch. Aber erst reden wir noch hier mit den restlichen Leuten. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon. Hier. Protein stärkert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Nur hier kannst du leistungsfördernden Mittel für deine Pokémon kaufen. KP Plus hebt die Basiskapeta ins Pokémon. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Zink hebt den Basiswert der Spezialverteidigung eines Pokémon. Carbon erhöht die Initiative. Hm. Ja. Das ist sozusagen alles für EVs. So. Wir holen uns einmal Tafelwasser. Einmal Sprudel. Und einmal Sprudel. Und einmal Limonade. Okay. Nein. Ich will... Ach komm. Wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Ob du es glaubst oder nicht. Meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindig. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Ja. Was möchtest du? Tafelwasser. Ja. Tafelwasser. Vielen Dank. Bitte nimm dieses Geschenk. TM16. So. Lichtschild. Okay. Ich das Getränk möchtest du? Geben Sprudel. Cool. Sprudel. Vielen Dank. Bitte nimm dieses Geschenk. TM20. Und das ist Bodyguard. Verhindert Statusprobleme bei deinen Pokémon. Und ich bin Durstig. Möchtest du das trinken? Yeah. Limonade. Und wir erhalten TM33. Und es ist Reflektor. Gut. Aber wenn wir schon mal bei den TMs sind. Schauen wir mal kurz in die TM-Box. Und wir haben doch noch Schockwelle. Angriff mit schnellem Elektroschlag. Ausweichen nicht möglich. So. Und das möchte ich gerne Bösi beibringen. So. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Rechte Hand. Sandwirbel. Heuler. Ruckzuck. Hieb. Ähm. Steiger die Kraft der Angriffe des Getroffenen im Kampf. Äh. Ja. Ja. Eins. Zwei. Und schup. Bösi vergasrechte Hand. Und Maschine bereit. Puff. Bösi erlernt Schockwelle. Nice. Ähm. Wenn wir schon mal dabei sind. Bösi erlernt Schockwelle. Bösi erlernt Schockwelle. Bösi erlernt Schockwelle. Bösi erlernt Schockwelle. Aquavelle würde ich mir gerne noch aufheben. Kugelsaat. Verschießt 2-5 Samen gleichzeitig auf den Gegnern. Na, das ist nicht so stark. Kampfdurchbruch. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. Hat eine Stärke von 75, eine Genauigkeit von 100. Das ist was, was man sich überlegen kann. Für Blocki vielleicht. Oder Keksi. Na, eher für Blocki. Komm. Eine andere Attacke durch Durchbruch. Ja, du kannst Rauchwolke vergessen zum Beispiel. So. Eins, zwei. Schwupp. Du hast Rauchwolke vergessen und Maschine bereit. Puff. Bling. Durchbruch erlernt. Nice. So. Okay. Okay, 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 okay. Damit hätten wir wieder ein paar neue Pokémon. Sozusagen. Sozusagen ist sozusagen. Ich kann nochmal sozusagen sagen. Sozusagen sage ich das des Öfteren. Und es ist ganz einfach. Sozusagen. So. Und schon habe ich so gesagt. Sozusagen. So. Passt jetzt nicht ganz, ne? Wo ist das her? Wer kennt das? Wer das kennt, ist cool. Da, 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 da. Bevor wir uns aber Prismania City noch fertig angucken, möchte ich bitte Blocki nach vorne setzen. So. Weil Nuziko hat schon Level 28. Und Blocki noch auf Level 28 bringen. Oder 27 ein Halb. Ja, 28 ist okay. So. Und das machen wir hier. Dillit, delillit, delillit, delillit. Oh. Ein Knofenzer. Knofen, ja. Ja, das gluten wir mal weg, ne? Sehr schön. Das bringt nicht so viel, hier zu leveln. Halt, wir können aber... Ne, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Wir können aber... Theoretisch... Praktisch... Die restlichen Trainer besiegen. Immer auf den blauen Streifen fahren, liebe Freunde. Rechtsverkehr. Für die Rechtsträger unter euch. So. Okay. Dann machen wir uns... Dann kümmern wir uns hier mal um die restlichen... Äh... Hallo? Hallo? Da, geht doch. Mein Motorrad spielt verrückt. Ich muss mich die ganze Zeit im Gesicht kratzen. Das tut mir leid, aber... Es juckt. Smog on. So, okay. Ein Smog on. Los, Blocki. Mach mal. Mach mal Durchbruch, komm. Ist nicht effektiv. Hätte ich mir denken können. Das hättest du wissen müssen, Foxy. Hätte, hätte Fahrradketter, ne? Naja. Wir sind vergiftet. Und Blocki wurde auch direkt durch Gift verletzt. Und nicht gerade zu knapp. Macht aber nix. Noch ist alles tutti. Guti. So. Ne, Carsten. Du glaubst, ich würde mein Pokémon wechseln? Da hast du falsch gedacht. So. Könnte ich jetzt auch entgiften, ne? Ich könnte aber auch einfach mal... Metallklaue einsetzen, um zu gucken, ob es das bringt. Nein. Angst. So eine große Angst brauche ich jetzt nicht zu haben. Gut. Eine Glut werde ich noch machen. Das sollte es noch... Aushalten jetzt. Okay. Wir waren eben schneller. Sehr schön. Ich muss ja auch irgendwie leveln, Leute. Ganz ehrlich. Ich kann nicht ständig das Pokémon wechseln. Als nächstes wird Slime eingesetzt. Ja, dann möchte ich bitte wechseln. Auf. Boah. Wenn Böse jetzt direkt sterben sollte, wäre das richtig mies. Das wäre richtig mies. Machen wir aber mal Schockwelle. Hatz. Ja, gut. Kann man mal machen. Na, kann man mal machen. Richtig cool. So. Erstmal ein Gegengift, bitte. Wo haben wir das Gegengift? Da. Da haben wir auch nur noch sieben Stück. Da muss ich mir gleich auch mal noch ein paar holen. Gegen Erika vielleicht noch nicht mal so schlecht, die Idee. Tränke sollten wir noch genug haben. So. La 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 la. Na du? Okay, die Spiele mögen beginnen. Das Game of Thrones beginnt. So. Quapsel. Na super. Genau. Die scheiß falsche Wahl, ne? Na gut, Bösi. Deine Stunde. Deine Stunde, Bösi. Da. 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 Bats. Auch nice. So. Das ist sehr effektiv. Und was kommt als nächstes? Quapsel. Ne, da wechsle ich nicht. Aber wie soll ich denn blocky leveln, bitteschön? Wenn hier ständig Wasser-Pokémon und so einen Scheiß kommen. Okay. Quapsel wäre halt auch nice, ne? Also Quapuzzi und Quapo vor allem. Baltasar. Chorkwähle. Boots. Sehr schön. So. Quapuzzi wurde besiegt und Bösi erhält noch mehr Erfahrungspunkte, die er nicht verdient hat gerade. Weil eigentlich sind das Blockys Erfahrungspunkte. So. Haben wir hier noch irgendwen? Ne, hier haben wir gegen alle gekämpft, ne? Das heißt, ich muss jetzt ernsthaft gegen... Wilde Pokémon kämpfen. Heißt, ich bin am Überlegen, das Offscreen zu machen. Ich da ein bisschen Fast Forward spielen kann. So. Aber noch habe ich ein paar Minütchen. Muss ja auch daran denken, dass ich ein bisschen was wegschneiden muss. Es tut mir leid, Leute. Aber gegen meine Erkältung kann ich halt leider nichts tun. Gerade jetzt. Auf die Schnelle. Auf die... Nicht auf die Schnelle. Vor allem. Natürlich! Natürlich! Wie fies war der denn? Wie fies war der Move denn, bitte? Wie fies war der Move denn, bitte? Ja, und ich setze nur Kratzer ein, Idiot. Ja, gut, ne? Kriegen wir aber hin. Ich könnte kotzen! Wie soll ich denn leveln? Mann! Ach, nicht schon wieder ein Taubsee. Hier gibt es doch bestimmt auch noch was anderes als Taubsee. Oh! Kotz. Ich kotze gleich. Ohne Scheiß. Ich kotze gleich. Und Knofenzer. Dankeschön. Was anderes. Aber ich weiß, wo wir auch leveln können. Ich weiß, wo wir auch leveln können. So. Braucht ja nur zwei Level. Das kriegen wir eigentlich schnell hin. Aber einfacher gesagt als getan, ne? Nämlich hier. Ach, hier können wir uns auch direkt ne... Ah! Moment. Hier können wir uns direkt ne VM abholen. Die ich zwar noch nicht nutzen kann. Aber schon einsetzen kann im Kampf. Oh, ein Dodu. Ein Dodu. Ein Dodu. Kau... Äh, fangen? Nicht fangen? Fangen. Komm. Komm. Ach, wo sind die Superbälle da? So. Ich mag die Superbälle. Die haben irgendwie... Sehen die am coolsten aus. Zack. Sehr schön. Dodu wurde gefangen. Ist es ein weibliches Dodu? Und dieses Pokémon gleicht der Mangel der Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Es kann trotzdem Fliegen erlernen und ist deshalb etwas komisch. Möchtest du dem Dodu einen Spitznamen geben? Ja. Das wird... Ali. Ali wurde auf Bills PC übertragen. So. Ihr wollt nicht kämpfen, ne? Gut. So. Was willst du? Wie bist du nur hier reingekommen? Vollid Leistung. Verschneider. So. Was haben wir hier? Was bist du denn? Lieber Tag. Das sieht komisch aus. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. VM-02. VM-02 ist Fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie würde von Nutzen sein. Allerdings erst, wenn wir gegen Koga gekämpft haben. Soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Ähm. Ich will es auch direkt einsetzen. Leute, ich werde jetzt so lange, ähm... Ähm... So lange den Part rauszögern. Bis ich, ähm... Dingens hab. Bis, bis, bis Blocki Level 28 hat. So. Nidhi-Attacke soll vergessen werden. Oh, endlich können wir fliegen, ey. Und da würde ich sogar jetzt endlich mal diesen verkackten Windstoß vergessen. Den Ruckzuck-Keep würde ich gerne mal behalten, weil... Ist ne Prioritäts-Attacke. Und da kannst du, wenn dein Gegner nur noch low-life ist, einfach mal kurz so... Weg. Ne? Nujiko erlernt fliegen. Sehr schön. Dass man einem Vogel erst noch das Fliegen beibringen muss, ne? Das spricht irgendwie schon für Pokémon. Jetzt wollt ihr auf einmal doch kämpfen. Manchmal erschreckt es mich, wie intensiv unsere Liebe ist. So. Eine Herausforderung von junges Glück, Lena und... Lena und... Uuuuwe! Da habt ihr's. Hä? Galoppa und Volona werden von junges Glück, Lena und... Uuuuwe! ...in den Kampf geschickt. Los, Blocki und Nujiko! Oh Gott, die haben Level 29. Ich würde gerne auf Keksi wechseln mit Blocki. Äh, Nujiko soll bitte mal fliegen. Am besten auf Volona. So. Nujiko fliegt hoch empor. Volona setzt Glut ein und die Attacke geht daneben. Und Galoppa setzt auch Glut ein und die Attacke geht auch daneben. Ähm, du machst mal bitte Schaufler. Trifft nicht beide? Team von Gegner wird von einem Schleier umhüllt. So. Okay. Keksi gräbt sich ein. Galoppa setzt Routenschlag ein. Die geht daneben. Nice. Verteidigung von Nujiko sinkt. Ja komm, fliegen wir nochmal. Nice, die Attacke geht daneben. Okay, ein Keksi setzt Schaufler ein. Oh, das ist sehr effektiv. Galoppa dürfte jetzt down sein. Aber deswegen gehen wir jetzt mit dem Schaufler auf Volona. Okay, Blocki erhält auch nochmal 397 Erfahrungspunkte. Gut, dass Nujiko schon ran war. Nujiko wurde verwert. So, und Keksi gräbt sich ein. Ähm, mach mal Huckzuck-Keep, komm. Nice. Nicht selbst verletzt. Sowas hat man gern. Oha, ich hab eben schon Angst gekriegt, ohne Spaß. Ich hab eben schon Angst gekriegt, weil Step und, ne, Volltreffer. Lena und Uwe sind besiegt. Oh, aber Uwe sieht auch bei einer Niederlage cool aus. Nope. 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 So, ein Radfruts. Was ich mir theoretisch auch mal endlich fangen könnte, ne? Aber nein, 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 nein. Nicht heute, nicht hier, nicht jetzt. So, machen wir nochmal Kratzer. Sollte reichen. Für Level 27 wenigstens. So, und ganz ehrlich, den Rest mache ich in der Arena. Grimmasse. Äh, ne. Okay. Ja. Den Rest mache ich dann in der Arena. So. Da muss ich mir nämlich auch noch ein Overlay überlegen für die Arena. Und, und, und. Aber das werden wir alles noch hinkriegen. Ich gehe jetzt noch fix zum Pokémon Center. Dann machen wir schon wieder Feierabend für heute. Und, äh, beim nächsten Mal geht's Erika an den Kragen. Und diesmal werde ich alle sechs Pokémon einfach drin lassen. Ja. Ja, vielleicht. Nee. Nee, eins werde ich rausnehmen. Eins werde ich rausnehmen. Und keine Sorge, du verlierst deinen Platz im Overlay nicht. Weil ich da viel zu faul für wäre. Ähm. Ich möchte da gerne einmal Keksi ablegen. So. Damit da nichts passiert, ne. So, ich könnte jetzt heute eigentlich Cuba wieder mitnehmen, aber... Nö, nö. Guck mal, wir haben gerade mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Pokémon in unserer Box, wenn du es so willst, ne. Das heißt, wir haben 16 Pokémon. Also ich habe jetzt Keksi nicht mitgezählt. So. Nein, nein, nicht weiter bearbeiten. Aber Keksi, du wirst wiederkommen. Du wirst wiederkommen. Alles klar, liebe Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020